Ja, in der Nutrition Bar gibt es bei uns veganes Eis, wir haben aber auch tolle Smoothies, grüne Verteidigung, also einen grünen Smoothie, einen Bananen-Smoothie, wir verkaufen Miso-Suppe, natürlich auch ein bisschen Sushi und haben einfach Getränke und Speisen parat, die einfach wahnsinnig gesunde Inhaltsstoffe haben und wollen das Thema Ernährung hier auch ein bisschen erklären, indem wir so eine kleine Nutrition Bar aufgebaut haben, wo wir eben Lebensmittel in Reagenzgläsern gegeben haben, in Gläsern und die beschrieben haben, Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, alles was so ein Superfood kann und das kann man hier bei uns an der Superfood und Nutrition Bar geben.